Ein Gedenktag zeigt München in einem anderen Licht. 1.351 sind in den letzten 25 Jahren in München verstorben. Das ist sicher ein Brennpunktjahr. Zum Monatsende hin. Der Kühlschrank ist leer, die Kasse, aber der Monat ist noch nicht zu Ende. Ja, zur Tote. Und nicht immer allzu alt, die ganzen Leute. So 36, paar und 40, das ist kein Alter zum Sterben. Eine neue Folge. Hartes Deutschland. Leben im Brennpunkt. Donnerstag, 20.15 Uhr. 20.15 Uhr.